An euch alle hier im Saal, ein herzliches Willkommen an alle im virtuellen Raum. Ich freue mich sehr, dass heute jemanden zu begrüßen, dessen Zeitzrag knapp ist. Und deshalb freuen wir uns wirklich ganz, ganz sehr, den Achim Truger hier begrüßen zu dürfen, Mitglied des Sachverständigenrats für die Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wahrscheinlich dem bekanntesten und wichtigsten Beratungsgremium wirtschaftspolitischer Art in Deutschland. Das Gremium ist relativ alt, stammt aus einer alten Zeit, auch die gesetzliche Grundlage auf der Fuß stammt aus einer alten Zeit, nämlich späte 60er Jahre. Da ist das gesetzliche Auftrag verankert, der Beratungsauftrag, das wird uns vielleicht hier auch heute noch an der einen oder anderen Stelle beschäftigen. Achim Truger ist auf dem sogenannten Gewerkschaftsticket Mitglied dieses Gremiums geworden. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass jemand, der so an der Vorderfront gewissermaßen der politischen Auseinandersetzung, wenn auch im beratenden Kleide steht, und mit allen Restriktionen, die mit einem solchen Amt in dieser Position verbunden ist, umgehen muss, hier die Zeit für uns nimmt. Wir sind neugierig, wir sind neugierig, die wirtschaftspolitischen Positionen hier zu diskutieren, aber auch ein bisschen das eine oder andere zu erfahren, wie so ein Gremium funktioniert, ja, was es heißt, dort hineinzukommen und derartige Dinge mehr. Ja, damit genug der kurzen Vorrede als Vizepräsident. Ich setze mich dann gleich auf den Stuhl da drüben und diskutiere als Kollege von Walter Oetsch mit, also als Professor. Ich wechsle den Hut, aber hier nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie es Möglichkeit gemacht haben. Ja, also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die nette Einführung. Ich will ganz kurz oder so kurz wie möglich versuchen, das Gutachten vorzustellen oder ein paar Aspekte aus dem Gutachten vorzustellen. Und ja, beginnen wir damit einfach mal, ich halte es einmal ins Bild. Das ist also das tolle Ding, immer so ein 500, also knapp 500 Seiten schinken. Und ja, ich teile mal den Bildschirm und lege einfach los. Genau, so kurz das hier noch einstellen. Ja, also das ist der Titel des Gutachtens, das heißt Energiekrise solidarisch bewältigen, neue Realität gestalten. Und ich habe mir ein paar Punkte überlegt. Einmal zeige ich kurz, also nicht nur physisch das Gutachten, sondern sage ganz kurz, was insgesamt drinsteht. Dann setze ich einen kurzen Schwerpunkt bei der deutschen Konjunktur und skizziere kurz ein paar der Maßnahmen, die wir jetzt kurzfristig gegen die Energiekrise und die hohe Inflation vorschlagen oder diskutieren. Und dann ist vielleicht noch interessant in einem Pluralo-Kontext und einem sehr kritischen Kontext die Frage der möglichen Wandlung des Sachverständigenrats, wo ich glaube, dass es tatsächlich eine ziemlich deutliche Wandlung in den letzten Jahren gegeben hat. So, über das Gutachten, ich habe ja eben schon gesagt, es sind also 500 Seiten, es sind tatsächlich diesmal etwa 10 Prozent weniger als im letzten Jahr. Das wird uns auch immer hervorgeworfen, das sei zu viel. Aber wir geben uns ziemlich viel Mühe, das gut zu strukturieren und auch so eine Art Leserinnenführung anzubieten. Hier ganz kurz, wir haben sieben inhaltliche Kapitel. Das erste Kapitel ist immer Konjunktur, das entspricht dem gesetzlichen Auftrag, eine Konjunkturpromose zu machen. Und dann haben wir sechs weitere Schwerpunktthemen. Und ich will beleuchten, ganz kurz oder Teile skizzieren, vom zweiten Kapitel Inflation und Geldpolitik, vom dritten Kapitel Deutsche Finanzpolitik. Und weil das jetzt sozusagen in den kurzfristigen Maßnahmen nicht wegzudenken ist, auch was über Energiekrise und Strukturwandel, also Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen. Genau, wir haben noch viel anderes. Reformperspektiven für die europäische Fiskalpolitik, dann Fachkräftesicherung und noch Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten geopolitischer Veränderung. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Vielleicht einfach, ich weiß, es sieht ja erst verwirrend aus, aber es ist tatsächlich eine Überblicksmaßnahme. Wir geben uns wirklich Mühe, das zu strukturieren und so zugänglich wie möglich zu machen. Es gibt eine Kurzfassung von knapp 15 Seiten und da ist eine Tabelle drin. Und da sind mit Spiegelstrich alle Maßnahmen, die wir diskutieren oder vorschlagen, Optionen, die wir aufzeigen. Und die sind dann halt verschiedenen Herausforderungen bzw. Problembereichen zugeordnet. Und da sind jeweils Ziffernverweise, das heißt, man kann sich da sehr schnell orientieren und die wesentlichen Dinge dann nachschlagen. Okay, also das zu dem, was wir alles gemacht haben und zum Schnellüberblick und zur Orientierung. Dann komme ich jetzt auch im Schnelldurchlauf kurz zur Konjunktur. Ja, das Bild passt, es ist düster und man sieht irgendwas Energieintensives auf jeden Fall, irgendwas Industrielles. Und ja, die Schlagzeile ist, dass der konjunkturelle Ausblick durch die Energiekrise massiv belastet ist. Das hier ist so eine Überblickstabelle, was man sich alles anschaut. Und ich glaube, links sieht man die drei wesentlichen Faktoren, die diese Konjunkturprognose dominieren. Wir haben einmal die Energiekrise, also diese extreme Verknappung von Energie aufgrund des schrecklichen, also vor allem des schrecklichen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Dann gibt es unter anderem auch dadurch ausgelöst, aber noch durch andere Faktoren, Hochinflationsumfeld mit Rekordinflation. Und wir haben ein außenwirtschaftliches Umfeld, das geprägt ist von einer globalen Abkühlung, was sozusagen auch keine günstigen Bedingungen jetzt für eine exportorientierte Volkswirtschaft schafft. Und dann trifft man bestimmte Annahmen, die man für am wahrscheinlichsten hält. Und dann gibt es immer noch eine Risikoansprache, was alles schief gehen kann. Und wir gehen jetzt beispielsweise davon aus, dass die Gaspreise und die Energiepreise weiter hoch bleiben. Aber wir gehen nicht davon aus, dass es zu einer Gasmangellage kommt, was dann am Ende eben massiv die Prognose nach unten drücken würde. Das passiert jetzt aber erst mal in der Prognose nicht. Das diskutiert man aber natürlich dann als Risiko. Okay, ich zeige vielleicht einfach mal ein paar von den Bildern hier und versuche, das Konjunkturbild damit zu erklären und sage dann auch die Zahlen. Also links sieht man die Energiepreisentwicklung und was da so wahnsinnig hoch geht, das Grüne und das Blaue. Das Blaue vor allen Dingen sind die Erdgaspreise in Europa. Das sind einfach Rekordanstiege. Das hat es noch nie gegeben, Verzehnfachungen und mehr. Das ist natürlich absolut dramatisch. Und das ist sozusagen die Energiekrise mit allen Risiken, die jetzt hier zuschlägt und auch der wesentliche Faktor, der zur Inflation geführt hat. Und da sieht man aber rechts immer eine gute Nachricht. Und das ist die, dass die Gasspeicher in Deutschland überdurchschnittlich gut gefüllt sind. Und das bedeutet oder unterstützt uns sozusagen in unserer Annahme, dass eine Gasmangellage wohl unwahrscheinlich ist. Zumindest in diesem Winter, kommenden Winter kann natürlich noch was schief gehen, aber im Moment ist das erst mal eine gute Nachricht. So, nächster Punkt. Und wichtiger Faktor sieht man links die Leitzinsen im Euro-Raum in den USA und im Vereinigten Königreich. Und da sieht man, dass die natürlich reagiert haben, die Zentralbanken, auf die hohe Inflation und haben zuerst in den USA, dann in Großbritannien und dann mit Verzögerungen etwas schwächer auch im Euro-Raum die Zinsen sehr deutlich angehoben. Also steile Zinsanstiege. Und so eine gelbkultische Straffung führt natürlich dazu, dass sich die Finanzierungsbedingungen verschlechtern, dass das Investitionsumfeld schlechter wird. Und deshalb muss man davon ausgehen, dass die Konjunktur sich auch deshalb abkühlt, insbesondere Investitionen. Und rechts ein Bild, wo man was sieht, wie die Reallöhne deutlich nach unten gehen aufgrund der hohen Inflation. Das heißt, die Kaufkraft ist schwach. Deshalb muss man davon ausgehen, dass der private Konsum schwach laufen wird, beziehungsweise auch zurückgehen wird. Und das sind die beiden Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass die Prognose für das kommende Jahr nicht günstig ist. Oder auch jetzt für das Laufende und das nächste Quartal. Das außenwirtschaftliche Umfeld habe ich eben schon angesprochen. Das ist ja etwas, was letztlich die Weltwirtschaft insgesamt trifft. Und das Wesentliche, was man mit dem linken Bild sehen muss, ist, dass es so ein Exportindikator und der verläuft total flach. Das heißt, es gibt im Wesentlichen im Prognosezeitraum keine außenwirtschaftlichen Impulse. Das heißt, man kann nicht damit rechnen, dass die Exporte groß irgendwie uns stark ankurbeln oder so. Und dann sieht man rechts ein Bild, was eine gute Nachricht ist. Die Frachtkosten waren extrem gestiegen. Hier sieht man so Frachtkostenindizes, die da steil hochgingen. Und die gehen jetzt aber relativ steil wieder runter. Das heißt, es deutet darauf hin, dass die Lieferketten, die erst als Folge der Erholung von Corona und dann auch durch den Ukraine-Krieg gestört waren, dass die Lieferketten sich erholen. Und das führt dazu, dass man in Kombination mit dem linken Bild, was man noch sieht, mit der grünen Linie führt dazu, dass man noch optimistisch sein kann, dass es nicht ganz so tief runter geht und dass es Licht am Horizont gibt. Und was man nämlich in der grünen Linie sieht, das ist der Auftragsbestand in der Industrie. Der ist immer noch auf Rekordlevel. Der Eingang ist etwas rückläufig, aber der Auftragsbestand ist so groß, dass die deutsche Industrie acht Monate in Folge durchproduzieren könnte, selbst wenn keine Aufträge mehr reinkämen. Und das in Kombination jetzt mit der Lieferkettenentspannung führt schon dazu, dass man sagen muss, man kann mit einem Anspringen dann der Konjunktur, der Industriekonjunktur rechnen, was insgesamt den Ausblick nicht ganz so düster werden lässt. So, was heißt das jetzt in Zahlen? In Zahlen heißt, das sieht man links, die BIP-Prognose, die blauen Werte sind für Deutschland, die roten für den Euroraum. Und man sieht, für das laufende Jahr prognostizieren wir 1,7 Prozent Wachstum des realen BIP, fürs kommende Jahr dann eine Schrumpfung um 0,2 Prozent. Da würde man sagen, das ist jetzt auf der Basis eine milde Rezession. Man muss es ein bisschen relativieren, einmal dadurch, dass die deutsche Wirtschaft sich noch nicht von der Corona-Krise komplett erholt hatte. Also ein Quartal wurde mal das Vorkrisenniveau von Ende 2019 touchiert und jetzt geht es wieder bergab. Das heißt, das waren dann mehrere Jahre ohne tatsächlich Wachstum. Und man sieht auch, wenn man die blauen Punkte anguckt, wie die Prognosen vorher waren. Wir haben im letzten Jahr für das laufende Jahr 4,6 Prozent prognostiziert und für das kommende Jahr haben wir noch in diesem Frühjahr 3,6 Prozent Wachstum prognostiziert. Das heißt, wir sind jetzt da über drei Punkte, beziehungsweise drei Punkte, beziehungsweise fast vier Punkte runter, was eine dramatische Abwärtsdivision ist. So, und rechts sieht man das, worauf natürlich alle zurecht starren. Das ist die Inflationsrate, Verbraucherpreisinflation in Deutschland. Wir gehen davon aus, dass sie im laufenden Jahr bei 8 Prozent liegen wird, im kommenden Jahr dann etwas runter geht auf 7,4. Und da sieht man jetzt im Verlauf die Quartalswerte, also zum Vorjahrsquartal jeweils. Und man sieht, da war lange Zeit gar nichts. Dann ging es sogar runter, also leichte Deflation, wenn man so will, vorübergehend bei Corona. Und dann ging es steil nach oben. Und dieses Grüne ist der Beitrag der Energiepreise, das Orange der Beitrag der Lebensmittelpreise. Und der Rest ist die sogenannte Kerninflation. Und da sieht man schon, dass vor allen Dingen die Energiepreise einen wesentlichen Anteil hatten und noch haben. Man sieht aber auch, dass die blaue Säule ziemlich hoch gegangen ist. Das heißt, der Inflationsimpuls ist über die Überwälzung mittlerweile schon in die Breite gegangen. Und das ist natürlich etwas, was man dann auch geldpolitisch schlecht ignorieren kann. Also da sozusagen einfach zu sagen, wir lassen es mal bei Null Zinsen und machen gar nichts, ist schwierig. Die gute Nachricht ist, ist es eigentlich damit zu rechnen, wenn jetzt nicht irgendein Risikosenario eintritt, dass die Inflation rückläufig sein wird. Und man sieht auch bisher keine Lohnpreisspirale oder so etwas. Das heißt, das dürfte sich mittelfristig wieder entspannen. Aber man muss schon noch damit rechnen, dass bis ins Jahr 2024 hinein die Inflationsrate überhöht bleiben wird. Okay, also das ist die Inflationsausgabe, das ist die Prognose. Genau, Arbeitsmarkt kühlt sich ein bisschen ab, ist aber ehrlich gesagt noch ein ziemlicher Lichtblick gegeben. Diese näheren Krisen, ja, jetzt in Folge ist ja recht stabil. Und die Staatsfinanzen sind eigentlich auch in einem recht guten Zustand. Ich sage nur einen Punkt. Wir gehen davon aus, dass die Schuldenstandsquote bei ungefähr 68 Prozent liegen wird. Aufgrund der Inflation im Laufenden, die da sogar etwas runtergeht im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn man das vergleicht mit 82,4 Prozent in der Finanzkrise im Jahr 2010, ist das im historischen Vergleich ein moderater Wert. Und das Ganze dürfte perspektivisch rückläufig sein, sodass jetzt, selbst wenn man da ganz traditionelle Kriterien anlegt, es keinen Grund gibt, irgendwie verunsichert zu sein durch die Staatsverschuldung. Okay, das dazu. Jetzt, was kann man tun? Was schlagen wir vor? Oder was diskutieren wir? Und da belasse ich es jetzt einfach nur bei diesem Überblicksbild und gehe selektiv auf ein paar Punkte ein. Der erste Punkt ist, also man muss jetzt natürlich was akut gegen die Energiekrise und die hohe Inflation tun. Und das sind eigentlich drei Faktoren. Das eine ist die Geldpolitik, die für die Inflationsbekämpfung was tun müsste und auch schon getan hat. Und dann hat man natürlich Energiepolitik. Das heißt, man müsste kurzfristig gucken, dass das Energieangebot ausgeweitet wird zur Überbrückung. Und man muss natürlich auch Energie sparen. Das wäre die Energiepolitik. Und dann gibt es eine Menge, was die Finanzpolitik machen muss. Ja, ich zeige gleich doch ein paar Bilder. Also es ist so, die Belastungen durch die Energiepreiskrise und die Inflation sind schon sehr hoch, sowohl für die Unternehmen als auch für die privaten Haushalte. Und da ist völlig klar, dass man das nicht einfach durchwirken lassen kann. Da brauchst du Entlastungsmaßnahmen. Entlastungsmaßnahmen und die muss man in irgendeiner Form finanzieren. Und da haben wir dann was vorgeschlagen, was für Aufsehen gesorgt hat. Wir haben nämlich vorgeschlagen, dass man als Teilfinanzierung für die sehr teuren Entlastungsmaßnahmen steuerpolitische Maßnahmen vornehmen soll. Und zwar, man soll die Entlastung der kalten Progression, den Abbau der kalten Progression aus unserer Sicht verschieben. Und wir haben auch vorgeschlagen, dass der Spitzensteuersatz zeitlich befristet erhöht werden soll oder ein Energiesolidaritätszuschlag eingeführt werden soll. Und das kann ich auch dann in der Diskussion nochmal erläutern. Unser Punkt ist jetzt, wir wollen jetzt nicht, obwohl man das sicherlich könnte, aber wir wollen jetzt hier nicht eine Verteilungsdiskussion führen, sondern uns geht es darum, dass die Maßnahmen möglichst zielgenau sein sollen. Und das sind sie nicht. Und das ist der Beitrag, sie zielgenauer zu machen. Da sage ich jetzt gleich noch was dazu. Aber Geldpolitik, zum ersten Faktor, ja, die muss was tun. Die kann jetzt nicht irgendwie das einfach durchwirken lassen, abwarten. Und die hat jetzt recht entschlossen dann und sehr schnell, sehr kräftig die Zinsen angehoben. Da sagen wir, das ist im Prinzip in Ordnung. Letztlich ist es aber so, dass es darauf ankommt, abzuwägen am Ende. Also wenn die Geldpolitik jetzt zu stark strafft, gibt es natürlich das Risiko, dass der Euro-Raum in eine tiefere Krise stürzt. Und da besteht die Kunst daran halt, jetzt irgendwann auch nicht mehr zu stark zu straffen und das Ganze irgendwie halbwegs zu normalisieren. Das vielleicht in der kurzen Zusammenfassung beim Energieangebot, das will ich nicht verschweigen, aber natürlich ein paar Punkte drin, die auch für Furore gesorgt haben, die jetzt auch nicht unumstritten waren. Und da sagen wir nämlich, dass klar jetzt, also die schöne Nachricht, die sozusagen progressiv immer gut ankommt, ist, es muss sowohl kurzfristig als auch langfristig natürlich das Energieangebot bei den Erneuerbaren ausgebaut werden. Auch jetzt kurzfristig schauen, dass man so viele Hemmnisse wie möglich abbaut. Sagen auch, wenn das in Bayern mit dieser CNH-Regel für die Abstandsregeln bei den Windkrafträdern da nicht funktioniert, dann soll der Bund eingreifen und letztlich das halt ändern, dass die Dinger gebaut werden können. Wir sagen allerdings auch, zur Überbrückung muss man halt die Kohlekraftwerke aus der Reserve holen und auch die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Und ich meine, das ist jetzt ohnehin beschlossen, die im Streckbetrieb bis April laufen zu lassen. Wir haben auch gesagt, die Region soll prüfen, ob das nicht etwas länger geht, weil es halt die Grundstromversorgung mit entlastet und auch die Preise etwas dämpft. Aber das ist eine Ablängungsentscheidung, die die Politik treffen muss. Da können wir nicht als Wirtschafts-Sachverständige uns zu der Energiepolitik so stark äußern, aus meiner Sicht. Gut, dann komme ich jetzt noch zur Finanzpolitik und zeige mal ein Bild und das ist das rechte Bild hier. Und das zeigt in den dunkelblauen Säulen die Verteilungswirkung der Inflation und zwar in Prozent des Nettohaushaltseinkommens. Und zwar nach Einkommensklassen. Links die 10 Prozent einkommensärmsten und rechts die 10 Prozent einkommensstärksten und alles dazwischen. Und da sieht man, insgesamt ist das eine ganz starke Belastung von durchaus über 5 Prozent. Also das heißt, die Inflation belastet die realen Haushaltseinkommen um 5 Prozent oder senkt sie um 5 Prozent. Unter Bedingungen natürlich, dass es jetzt keine Anpassungsmaßnahmen gibt und auch keine Entlastungsmaßnahmen. Aber das ist der Effekt. Das ist schon dramatisch viel. Und das Ganze ist auch verteilungsmäßig sehr unschön. Die untersten 10 Prozent werden mit über 8 Prozent belastet. Die reichsten 10 Prozent nur mit 3,7 Prozent. Das heißt, gerade die unteren und mittleren Einkommen werden besonders stark getroffen. Und das sind ausgerechnet natürlich die Haushalte, die über keine Reserven verfügen. Und da ist klar, man kann da nicht das Einkommen so einbrechen lassen und kann einfach nichts tun. Deshalb ist klar, dass Entlastungsmaßnahmen geben müssen. Aus Zeitgründen sage ich jetzt nichts zu, also zeige ich keine Grafik zu dem, was die Unternehmen trifft. Aber da ist es so, der Energiepreisanstieg, gerade bei Gas und Strom, schlägt schon ziemlich ein und würde viele Unternehmen kurzfristig absolut in die Verlustzone drücken. Gerade die energieintensiven Unternehmen natürlich, Metallindustrie, Metallverarbeitung, chemische Grundstoffindustrie und so weiter. Und da ist klar, wenn man nicht will, dass die dicht machen, dann muss man irgendwie eine Überbrückung hinkriegen. Und dafür plädieren wir auch. So, und jetzt sage ich nur ganz kurz noch die Kriterien und begründe das und sage dann am Ende noch was zum Rat. Also wir haben gesagt, das Ganze soll zielgenau sein und die Entlastungsmaßnahmen soll zielgenau sein. Das heißt, einmal, sie sollen die Energieeinsparanreize möglichst nicht mindern. Und das heißt, man soll jetzt nicht pauschal runtersubventionieren, sondern auch Möglichkeit die Preise wirken lassen, aber die Haushalteunternehmen pauschal entlasten. Da gibt es viel, was vernünftig gelaufen ist. Die Gas- und Strompreisbremsen, die jetzt kommen, sind grundsätzlich vernünftig. Im Detail muss man dann gucken, aber grundsätzlich vernünftig. Was natürlich blöd war, war sowas wie der Tankrabatt oder auch die Umsatzsteuersenkung auf Gas. Das ist natürlich auch blöd, das zu machen, weil senkt man genau die Preise und mindestens dadurch den Energiesparanreiz. Genau, besser schneiden, was das angeht, natürlich Maßnahmen ab, die Pauschale entlasten, Energiepreispauschale. Und jetzt auch die Gas- und Strompreisbremsen. Ein Problem ist aber bei der zweiten Zielgenauigkeitskomponente, wo eigentlich alle Maßnahmen letztlich nicht gut funktionieren, fast alle. Und das betrifft natürlich die Verteilungswirkungen. Also eigentlich ist es ja so, dass man diejenigen unterstützen muss, die selbst nicht klarkommen. Aber die Reichen, sozusagen die Einkommensstarken, die können das eigentlich tragen und die muss man nicht entlasten. Und wenn man das aber tut, dann gibt man insgesamt sehr viel Geld aus. Man belastet die öffentlichen Haushalte, auch perspektivisch, schafft da Risiken in den Haushalten. Und man tragt die Staatsverschuldung hoch und man entlastet mit der Gießkanne und setzt damit potenziellen Inflationsimpuls. Und um das zu vermeiden und das Ziel genauer zu machen, haben wir gesagt, soll man noch gucken, dass man die, die man jetzt ungerechtfertigterweise entlastet, weil es keine besseren Instrumente gibt oder man sich auch nicht einigen konnte auf andere, dass man die eben dann dazu bringt, dass sie nicht netto entlastet werden, indem man eine Energiesolie einführt oder den Spitzensteuersatz temporär erhöht und die kalte Progression nicht ausgleicht, jedenfalls nicht sofort, sondern mit Verzögerung dann, also in ein, zwei Jahren, weil das auch Maßnahmen sind, die die reichen und die einkommensstarken Haushalte besonders entlasten. So, das sozusagen jetzt in aller Kürze zum Vorschlag. Und dann will ich vielleicht, ja, ich belasse es jetzt einfach dabei, gehe hier durch, kann die Folien gerne zur Verfügung stellen, sodass sie dann auch abgerufen werden können, die wunderschönen Maßnahmen. Ich zeige vielleicht eine Sache, die optimistisch stimmt, das ist der Fallen der Erdgasverbraucher in Deutschland. Da gibt es mittlerweile ja auch Zahlen für den temperaturbereinigten Gasverbrauch, der privaten Haushalte, der geht auch schön nach unten. Das heißt, es wird viel gespart, was einen optimistisch stimmen kann dafür, dass zusammen mit den vollen Speichern es nicht zu einer Gasmandellage kommt. So, und dann zeige ich noch was links, die Grafik. Das ist die Energieintensität in der Industrie. Die ist sehr stark rückläufig, also im Trend seit geraumer Zeit. Und wir haben das zerlegt. Und man sieht, die hellblaue Linie ist sozusagen ein Indikator für die echte Energieeffizienzsteigerung. Und das Orange ist ein Strukturwandel-Effekt weg von energieintensiver Industrie hin zu weniger energieintensiver. Und wenn man um diesen Strukturwandel-Effekt bereinigt, gibt es trotzdem ein starkes Absinken der Energieintensität. Und das bedeutet, dass offensichtlich es gelingt, viel Energie einzusparen. Und wenn dieser Trend fortgesetzt wird und sich jetzt verstärkt aufgrund der hohen Preise, und wenn gleichzeitig die Unterstützungsmaßnahmen greifen, dann sind wir deshalb optimistisch, dass es nicht auf breiter Front zu einer Deindustrialisierung kommt. Also es wird natürlich für Einzelunternehmen schwierig und es wird auch für manche Branchen vielleicht schwierig. Aber dass jetzt auf breiter Front es zu einer Deindustrialisierung kommt, ist, wenn alle zusammen was Vernünftiges jetzt hinkriegen, eigentlich nicht wahrscheinlich. So, das ist die positive Botschaft. Jetzt habe ich, glaube ich, doch, also die 20 Minuten habe ich definitiv rum. Dann würde ich jetzt, weil Walter meinte, länger soll ich nicht, würde ich jetzt aufhören. Und dann kannst du mich gerne befragen zu der Wandlung im Rat. Oder soll ich das noch kurz sagen? Ich werde gleich diese Frage stellen, ist okay? Ja, okay, dann höre ich einfach auf. Das war jetzt eben die extreme Kurzversion von dem, wenn wir normalerweise sind. Und dann freue ich mich jetzt auf die Diskussion. Danke für die spannende Einführung. Also Applaus darf man machen. Ich fange an mit ein paar Worte zum Sachverständigenrat. Auf der Kusanus-Hochschule haben wir zwei Grundüberzeugungen. Die eine Grundüberzeugung ist, wir wollen eine andere Art von ökonomischer Ausbildung. Und die zweite Grundüberzeugung ist, wir haben irgendeine Art von Vorstellung über Neoliberalismus. Jetzt will ich sozusagen den Begriff jetzt nicht explizieren. Und wir haben uns auch mit der Geschichte des Neoliberalismus in Deutschland beschäftigt. Und natürlich spielt hier der Sachverständigenrat eine Rolle. Jetzt möchte ich was sagen und da möchte ich dich provozieren, dass du lachst. Wenn ich in der Geschichte des deutschen Neoliberalismus spezifisch in der ordoliberalen Ausprägung reflektiere, dann ist natürlich der Sachverständigenrat der Hort des Bösen. Weil ja immer sozusagen die hochrangigsten Mainstream-Ökonomen, Ökonominnen mit dem höchsten Prestige da drinnen gesessen sind. Das kann man ja studieren zum Beispiel, welche Positionen waren vor 2008. Immer ist diese Deregulierung der Finanzmärkte von Finanzinstitutionen gepredigt worden. Wie hat man auf 2008 reagiert? In welche Rolle hat der Sachverständigenrat gespielt? Fiskalpakt, Stabilitätspakt, Schuldenbremse und so weiter. Aber und und. Tempora mutantur. Die Zeiten ändern sich und ich denke, Achim Trugger ist ein Beispiel oder du bist ein Beispiel dafür, dass sich die Zeiten ändern. Es ändern sich auch die Diskurse. Langsam, langsam, langsam. Wir wollten ja, dass es viel schneller geht. Und ich denke, dass so ein Gespräch möglich ist. Dass ein Gespräch mit einem Mitglied des Sachverständigenrates mit uns möglich ist. In unserer Minderheitenposition, in unserer Außenseiterposition denke ich, ist ein Zeichen dafür, dass sich etwas verändert. Und in meiner äußeren Wahrnehmung möchte ich jetzt zwei Sachen sagen und das dann als Frage an dich geben. Das eine ist, soweit ich dich wahrnehme, spielst du eine ganz andere Rolle. In der Besetzung vom Sachverständigenrat ist ja immer eine Person, kommt durch das Nominierungsrecht der Gewerkschaften. Und die Person, die vorher war, bevor du gekommen bist, hat ja eine ganz andere Rolle gespielt. Und die hat immer sozusagen das Gutachten begleitet, oder man könnte auch sagen gestört, mit einem Minderheitengutachten. Und du spielst jetzt eine ganz, ganz andere Rolle, sondern du versuchst im Grunde genommen, ich denke, das ist sehr interessant, was du machst. Du versuchst das integrativ aufzuzählen. Und jetzt wäre sozusagen in der langfristigen Entwicklung, ist es jetzt für mich spannend zu sehen, was ist eigentlich jetzt inhaltlich anders. Und da kann man schon, das heißt, in meiner Wahrnehmung ist, und das hast du ja angesprochen, einfach dieser Fokus auf, im Grunde genommen, bräuchte man eigene EU-Einnahmen. Also das ist sozusagen ein anderer Ort von Positionierung. Es gibt auch eine andere Positionierung in Bezug auf die Staatsschuldenquote, auf diese Sparpolitik. Also auch, wie das kommentiert wird zum Beispiel, dass du sagst, hallo, im Grunde genommen hat sich jetzt nicht sehr viel dramatisch verändert durch diese Riesenwumms oder so. Dann auch, dass du sagst, zum Beispiel Spitzensteuersatz soll man erheben. Auch das explizite Reden, also das, was jetzt ganz am Schluss gemacht hat, das würde ich sehr lobend erwähnen, das explizite Reden über die Verteilungswirkung. Und das ist für mich ein neuer Ton. Und meine Frage jetzt an dich, in welcher Weise du selbst die Geschichte des Sachverständigenrates im Wandel erlebst. Oder für mich wäre zum Beispiel ganz spannend, oder man muss schauen, ob man das in der Öffentlichkeit sagen kann. Gibt es zum Beispiel innerhalb des Gremiums eine Reflexion über die eigene Geschichte? Oder gibt es auch eine Bewusstheit über sozusagen geänderte, verwandelte Positionen? Oder kommt es einfach, nachdem wir jetzt sozusagen sehr viele neue Mitglieder sind, sozusagen durch die Personen so quasi automatisch rein? Okay, ja, vielen Dank jetzt. Genau, also ganz viel von dem, was du jetzt gesagt hast, hätte ich auch in den Folien gehabt. Also insofern passt das super. Ich will vielleicht drei Sachen sagen. Das Erste ist, dass du jetzt so hervorgehoben hast, wie außergewöhnlich ist, dass ich jetzt bei euch bin und mit euch rede oder so. Also ich glaube, ehrlich gesagt, in der jetzigen Ratszusammensetzung wäre mir irgendwie jeglicher Form von Dünkel oder von Nicht-Dialogbereitschaft fremd. Also das ist sehr aufgeschlossen und da sprechen ganz viele mit ganz unterschiedlichen Leuten. Also allein zwei meiner Kolleginnen und Kollegen waren ja schon bei Thilo Jung. Abgesehen davon auch der vorherige Vorsitzende Lars Feldt ja auch. Also ich meine, das kann man nicht sagen, dass es jetzt keine Diskursbereitschaft oder so gibt. Das ist, glaube ich, das Einzige, was uns vor allen Dingen ansteigt, ist halt die Zeit. Und das schränkt auch natürlich, sagen wir mal, jetzt umfassende Selbstreflexion ein. Wir sind jetzt dadurch, dass die Besetzungen erst nach der Sommerpause vollständig waren, wir sind jetzt erst seit September wieder zu fünft, sind wir im Prinzip voll in die Fertigstellung dieses Gutachtens geworfen worden. Das hat super geklappt, sowohl persönlich und menschlich. Also ich glaube jetzt inhaltlich und vom Ergebnis her. Aber da war jetzt für Reflexionen auf der Meta-Ebene einfach kein Platz. Das geschieht einfach, was da so geschieht. Wir müssen halt dieses Ding fertig kriegen. Und das haben wir, glaube ich, gut hingekriegt. Und es wird jetzt sicherlich irgendwann mal eine Klausursitzung geben, wo wir dann über so grundsätzliche Fragen nochmal nachdenken. Aber im Moment, würde ich sagen, ist außerimplizit und was so zwischen den Zeilen läuft, haben wir jetzt keine große Reflexion gehabt. Aber eine große Offenheit, glaube ich, zu dem nicht. Das ist das eine. Jetzt vielleicht noch der letzte Punkt, der dritte Punkt zur Wandlung. Also ich glaube, das, was du als Neoliberalismus bezeichnest, würde ich jetzt sagen, das war ja eine Haltung, wo gesagt wurde, wir müssen eigentlich deregulieren, wir müssen privatisieren, wir müssen die Steuern senken, wir müssen die Haushalte hart konsolidieren. Und das Ganze muss man mit klaren Ansagen und auch zum Teil sehr, ja, harter Kritik mit der Regierung verbinden, an der Regierung verbinden. Dafür hat eine Zeit lang, glaube ich, mindestens seit 2010 oder so der Sachverständigenrat gestanden. Und das hat sich eben tatsächlich gewandelt. Also da, glaube ich, sind wir ganz anders. Also unser Ton ist verbindlicher. Wir schauen andere Sachen an. Also wir versuchen nicht, Verteilungsprobleme zu verniedlichen, sondern wir benennen die Entwicklungen. Wir machen uns auch Sorgen um Verteilungswirkungen von Maßnahmen und berücksichtigen das. Und wir haben jetzt halt auch das mit den Minderheitsvoten nicht mehr, sondern haben jetzt eine gemeinsame Position. Da möchte ich aber auch nochmal sagen, also ich, sicherlich habe ich eine Rolle in dem Ganzen, das ist klar. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass mein Vorgänger, beispielsweise Peter Wofinger, sich jetzt entschlossen hätte, ich gehe da rein und ich mache da jetzt Krawall und ich bin dagegen. Und ich habe mich entschlossen, nee, ich mache jetzt mit und dann drehe ich das irgendwie oder dann machen wir es schön konsensual und schreiben was Schönes auf. Sondern wir sind halt in ein jeweiliges Umfeld geworfen gewesen. Und der Peter Wofinger hatte halt dieses Umfeld, das jetzt, wie immer man es genau definiert, aber in dieser neoliberalen Art und Weise. Und da blieb eigentlich nichts anderes, als, weil das auch kompromisslos vertreten wurde, da dann an den notwendigen Stellen halt einen Gegenakzent zu setzen. Und weil sich das jetzt mittlerweile gewandelt hat, sind wir so weit, dass das jetzt erstmal niemand für nötig gehalten hat. Und wir jetzt im Konsens, wie ich finde, ziemlich ausgewogene Sachen vertreten. Und ich würde sagen, wir sind damit, sagen wir mal, zumindest im Mainstream der ökonomischen Debatte, die jetzt ja auch nicht mehr so ist, wie noch vor 22 Jahren, angekommen mit dem Gremium und vertreten jetzt keine einseitigen, sagen wir mal, autoliberalen Extrempositionen oder so. Also von daher ist das doch eine schöne Entwicklung. Aber das hat sich insgesamt so ergeben und das ist nicht irgendwie Ergebnis einer bewussten strategischen Entscheidung, die ich getroffen hätte oder so. Das ist sehr interessant. Zu dem, was ich zum Diskurs gesagt habe, habe ich gemeint, viel früher. Und das hat sich nicht auf dich bezogen. Und in der Art, wie du am öffentlichen Diskurs teilnimmst, also auch viele Vorträge hältst, auch die Art, wie du zum Beispiel auf Twitter agierst, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und auch diese gewisse Selbstironie und ich denke, das kommt sozusagen auf Twitter sehr, sehr gut an. Ich möchte gerne jetzt eine kritischere Frage stellen. Und zwar für mich ist natürlich interessant, wenn ich so ein Gutachten ansehe, welche Art von theoretischen Positionen kann man sozusagen daraus kristallisieren. Und natürlich ist jetzt, wenn wir über Inflation reden, ist natürlich jetzt immer meine Frage, und das ist klar, in welcher Weise wird hier eine monetaristische Position vertreten. Ich würde sagen, die Art, wie zum Beispiel die Inflation erklärt wird, also nicht die Kerninflation sozusagen als Sekundäreffekt, aber die Angebots- und Nachfragsseite. Ich habe den Eindruck, da ist ja ungeheuer großer Konsens innerhalb der Ökonomen und Ökonominnen. Das heißt, das wird ja, das könnten wir wahrscheinlich die meisten, die in diesem Feld über das nachdenken, würden das ähnlich beschreiben. Auch in einer gewissen Weise am Schluss die Maßnahmen oder sagen die begleitenden oder unter dem Heading begleitende Maßnahmen wird das beschrieben. Und jetzt ist aber eine interessante Sache, dass im Grunde genommen immer noch monetaristisch argumentiert wird. Das heißt, zum Beispiel, erstens kommt ja die geldpolitische Empfehlung. Das heißt, es gibt auch einen Begriff von Geldmenge. Es ist auch, im Grunde genommen wird die entschlossene Reaktion, irgendwie so steht es drin, und der EZB wird sozusagen jetzt ausdrücklich gewürdigt. Und wenn man aber jetzt, wenn man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel auf das horcht oder was drinnen steht, oder was jetzt du auch noch pointiert hast, ich beschreibe die Ursachen der Inflation, ich beschreibe die Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation, dann bräuchte man eigentlich das Vorher von Geldmenge und EZB und das Nachher von Geldmengen und EZB praktisch überhaupt nicht. Also ich habe so, jetzt sage ich irgendwie ins Blaue rein, ich habe so einen Eindruck, man muss jetzt sozusagen einem verhallenden Monetarismus eine Reminiszenz schulden, aber im Grunde genommen ist es jetzt für mich fraglich, oder meine Frage an dich ist, ist das jetzt eine monetaristische Position oder nicht, die hier vertreten wird? Vielleicht ist es ein bisschen eine sehr unpräzise Frage, aber du wirst das vielleicht präzisieren. Ja, ich kann ja nur eine unpräzise Antwort geben. Also ich glaube nicht, dass es im engeren Sinne eine monetaristische Position ist. Und was es ist, ist so ein Standard-Neukensianischer Ansatz, der da theoretisch hintersteckt, mit Inflationserwartungen und so etwas, was das Wesentliche und ganz klar ist. Zinssteuerung und nicht Geldmengensteuerung ist da der Punkt. Also da würde ich sagen, das hat jetzt mit Monetarismus wenig zu tun, sondern es ist eigentlich ein Neukensianischer Ansatz. und ist ansonsten sehr stark empirisch geprägt, weil wir wirklich eine Analyse gemacht haben, auf die wir jetzt auch ein bisschen stolz sind, auf die vor allem der Mitarbeiter, der das gemacht hat, stolz sein kann, weil wir da wirklich versucht haben, die Inflationsschocks zu zerlegen. Und da kommt dann halt raus, dass es im Wesentlichen ein starker Energieangebotsschock ist, dass es aber auch ein globaler Nachfrageschock ist, der die Inflation treibt. Und binnenwirtschaftlich ist es jetzt relativ gering ausgeprägt, also binnenwirtschaftlich nachfragemäßig recht wenig. Wenn man das mit den USA vergleichen würde, sind da die Sachen andere. Und der Monetarismus kommt insofern vor, als wir diskutieren, ob die Geldmenge und die Geldmengenexpansion vielleicht einen Effekt gehabt haben könnte auf die Inflation. Aber das bleibt eigentlich eher unschlüssig. Und ist sozusagen mehr so, man sollte jetzt nicht vorstellen, dass vorschnell das Verwerfen den Effekt. Aber Belege haben wir im Moment keinen. Also insofern ist es eigentlich, kann man das jetzt, man kann das Reminiscenz in den Monetarismus lesen, man kann aber auch sagen, also wir waren jetzt nett, aber Belege haben wir keine identifiziert dafür. Und insofern zeigt das eigentlich, finde ich, eine relativ große Offenheit. Und wenn ich jetzt mal an Wirtschafts- oder Geld politisch denke, finde ich auch, die Ausgewogenheit für Merkenswert in der Vergangenheit wäre und wird ja auch aktuell von den Personen, die nicht mehr im Rat sind, vertreten, die EZB muss jetzt auf jeden Fall straff weiter die Zinsen erhöhen und muss das auch ohne Rücksicht auf die Konjunktur letztlich tun, weil das ist ihre Aufgabe. Und hier haben wir immer die Warnungen drin, die EZB kann auch zu viel tun. Und es gibt die Gefahr, dass es in eine Krise führt. Und das finde ich dann eben, das macht diese Ausgewogenheit aus. Aber es ist eben jetzt nicht so, dass der Rat jetzt, sagen wir mal, von einer Einseitigkeit in die gegenteilige Einseitigkeit gefallen wäre, sondern er ist jetzt im Rahmen von üblichen Mainstream-Ansätzen ausgewogen. Denke aber letztlich, ich freue mich sehr, was du sagst, weil das ja im Grunde genommen die Kritik am Monetarismus bestärkt, weil die Kritiker, die ich kenne, die ist sozusagen für mich interessant, den haben ja immer empirisch argumentiert. Das heißt, es war ja immer zum Beispiel, oder man könnte ja auch das, was drinnen steht über die Entwicklung der Geldmenge im Treiben mit der Inflation, könnte man ja sozusagen jetzt noch viel kritischer interpretieren, als wie es im Gutachten drinnen steht. Ich habe jetzt mit dem Stefan ausgemacht, dass wir halt jetzt im Weiteren so ein bisschen Ping-Pong spielen und Stefan ist jetzt sozusagen für die nächste Frage dran. Ja, dann greife ich den Ball auf. Ich hätte sicherlich noch einige Fragen, und da komme ich doch gleich nochmal zurück zu dem ersten Komplex, den Walter, du aufgemacht hast. Aber vielleicht auch schon an der Stelle nochmal zu diesen Inflationen. Als ich mich mit Inflationen auseinandergesetzt habe, beziehungsweise keynesianische Zeiten in den 70er Jahren, da gab es den Begriff der Verteilungskampf. Inflation. Ich habe das, wenn, in diesem Gutachten am ehesten bei den Sekundäreffekten gesehen. Ich wollte vielleicht einfach einen Kommentar oder vielleicht auch eine neugierige Frage. Ich habe mich schon nicht gewundert, oder ja, einerseits schon gewundert, aber dann auch wieder nicht, weil es eine gute deutsche Tradition hat, dass dann plötzlich diese Kanzleramtsrunden, die mich doch sehr an die konzertierte Aktion erinnert haben, stattgefunden haben. Vielleicht ein, zwei Worte des Kommentars dazu. Also ist das vielleicht auch tatsächlich auf Anregung des Sachverstands in den Rats passiert, dass man sich da zusammengesetzt hat und gesagt hat, hey, wir haben jetzt diesen Inflations-, diesen Schock, Preisschock aus dem Ausland. Wie gehen wir jetzt damit um, damit wir eben nicht in den Verteilungskampf Inflation kommen? Vielleicht ein, zwei Kommentare dazu, weil ich das gesellschaftspolitisch extrem interessant fand. Ja, ganz kurz, also der, also ich meine, diese neukindianischen Modelle sind ja letztlich ein Verteilungskampf Inflation, wo, also genau, und das ist, das wird ja schon halbwegs abgebildet. Der Sachverständige hat jetzt meines Wissens keinen Impuls gegeben für die konzertierte Aktion, sondern, das hat, hat die Politik gemacht, aber Monika Schnitzer, unsere Vorsitzende, war als Vertreterin des Rats in der konzertierten Aktion und der Rat hat da beispielsweise, also im Wesentlichen die Konjunkturdiagnose immer mitbestritten für das, für das Gremium. Und ja, wir diskutieren das im Gutachten kurz und ehrlich gesagt ist es so, ich glaube, dass wir jetzt irgendwie eine starke Position entwickelt hätten, wie jetzt die konzertierte Aktion zu bewerten ist, das nicht. Aber immerhin steht auch da wieder drin, dass das potenziell einen Effekt haben kann, in dem es die, also jetzt in den Worten, in dem es dieses Verteilungskampf Inflation mäßigt und es eben dann nicht zu Lohnpreisspiralen kommt. Aber wir sind eben dann, also ganz wesentliche Argumente sind immer, ob es empirisch Belege gibt, dass sowas funktioniert oder nicht. Und das Problem ist eben, dass es da ja recht wenig Erfahrung gibt, die historische Konzertation ist lange her und ist am Ende gescheitert, aber was für einen Effekt sie jetzt gehabt hat, ist schwierig zu sagen. Und man kann da im Grunde genommen nur spekulieren. Und da, ja, da diskutieren wir ein paar Hypothesen. Aber letztlich begleiten wir es schon relativ positiv, also dass es potenziell einen guten Beitrag leisten kann. Und dass natürlich es ein Vorteil ist, wenn in der Krise die Tarifparteien und der Staat an einem Tisch sitzen und versuchen gemeinsam irgendwas hinzukriegen. Eine etwas provokative Nachfrage. Es scheint mir aber doch so zu sein, dass von den drei Seiten, die da am Tisch sitzen, vor allem zwei Seiten eine Verteilungslast tragen. Einmal sind das die Lohneinkommensbezieher. Da war ja auch die Grafiken da. Das ist der andere, der das abfedert. Das ist Staat, der allgemeine Steuerzahler. Und die dritte Seite sehe ich nicht so richtig, also die Kapitalseite, wo die was trägt. Da wird je nach Marktmachtposition eben kräftig die Kosten überwälzt. Und der, der es nicht kann aufgrund seiner Marktsituation, der muss dann halt ins Gras beißen. Ja, also wir diskutieren und wir bewerten durchaus auch kritisch, dass es jetzt keine Auflagen gibt bei den Entlastungsmaßnahmen für die Unternehmen, was jetzt Dividendenausschüttung angeht oder eben Boni. Also da wäre aus unserer Sicht tatsächlich auch das angemessen, dass man das stärker konditioniert. Das sehen wir durchaus. Und natürlich ist das so. Das ist aber jetzt ein allgemeiner Kommentar, den ich jetzt mache. Der steht jetzt so nicht im Gutachten. Also wenn konstant diese Aktion am Ende heißt, die Löhne sollen halt moderiert werden und die Arbeitgeberseite freut sich und den Rest der Rechnung bezahlt der Staat, dann ist das irgendwie nicht gleichgewichtigt. Das ist klar. Eine andere Frage, die ich mir stelle, wenn ich so ein Gutachten lese, ist, welcher allgemeines Bild der Gesellschaft ist, wird hier entworfen oder ist da drinnen? Und es ist natürlich ein Krisenbild. Es wird beschrieben die Corona-Krise. Es wird die Energiekrise beschrieben. Es wird ein Reflex gemacht auf die Finanzkrise 2008. Also die wird auch beschrieben. Manche und oder auch ich würde sagen, die schlimmste Krise ist die Klimakrise. Also ich würde sagen, was mich am meisten bewegt oder was mich am meisten antreibt, ist die Klimakrise. Und wenn man das jetzt so lest, dann wäre sozusagen meine Frage, in welcher Weise ist Klimakrise im Gutachten angesprochen? Es ist auf der Homepage, wird dann auf das Kapitel 5 verwiesen. Im Kapitel 5 wird in einem sehr hohen Maße eine Sorge um die Energiesicherheit ausgedrückt. Es wird auch dann später auf den Strukturwandel aufmerksam gemacht, auf die industriepolitischen Folgen. Es ist auch, und das finde ich schon gut, es ist drinnen ein sehr klar, also ich glaube, das ist zwei oder drei mit drinnen, die Preise sollen nicht gesenkt werden. Die hohen Energiepreise sollen nicht gesenkt werden, aus kurzfristigen und langfristigen Gründen. Es wird auch das Klimaschutzgesetz 2021 zitiert. Es wird die Notwendigkeit, Energie einzusparen, skettiert. Es wird allerdings nicht, also wenn ich zum Beispiel eine Position habe, wie Leute, was hier von Fridays for Future oder andere die Maßnahmen haben, wo klar ist, wir haben sozusagen ein offizielles, weltpolitisches Ziel und oder auch das, was das oberste Gericht in Deutschland sozusagen an der Regierung gerückt hat, an der Nicht-Einhaltung. Das heißt, wir bräuchten sozusagen ganz rasch eine sozioökonomische Transformation. Eine solle Position ist nicht zu finden und solche Personen müssten natürlich jetzt von so einem wichtigen Gremium, in dem der Sachverständigenrat sozusagen agiert, im Grunde genommen ganz unzufrieden sein und das negativ interpretieren müssen. Ja, also das sehe ich jetzt tatsächlich anders. Und zwar ich weiß, das ist jetzt natürlich gefährlich, das zu sagen, weil dann gesagt wird, wenn man so argumentiert, dann nimmt man das ja doch wieder nicht ernst. Aber wir können jetzt nicht, wir diskutieren ja nicht in jedem Gutachten alles. Aber der Sachverständigenrat hat, ich bin jetzt ja seit dreieinhalb Jahren dabei oder mehr als dreieinhalb Jahren und in dieser Zeit hat der Sachverständigenrat sich so intensiv mit Klima beschäftigt, wie noch nie. Und das kam einfach, wir haben ein Sondergutachten geschrieben, weil Angela Merkel uns damals gebeten hat, eins zu schreiben. Da haben wir 2019 eins geschrieben, wo es wirklich auch darum ging, was kann der Staat jetzt tun, damit die deutschen Klimaschutzziele nicht verfehlt werden. Dann haben wir das in 2020 aufgegriffen, in einem Kapitel, wo es um Klimaschutz und Industriepolitik ging. Und dann 21 haben wir die internationale Perspektive, also was können wir tun, welche Möglichkeiten gibt es international zum Klimaschutz beizutragen. Und in dem jetzigen Gut ist natürlich klar, dass jetzt erstmal kurzfristig diese Energiekrise dabei ist. Aber es ist völlig klar, dass das die Transformation beschleunigt und es stellt niemand im Rat die Transformationsnotwendigkeit oder den Klimaschutz infrage, sondern im Gegenteil, wir bekräftigen das ja. Und es geht jetzt halt einfach darum, wie man mit dieser Beschleunigung umgehen kann, um so schnell wie möglich da rauszukommen. Und dann ist natürlich klar, wenn die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduziert wird, je schneller das geht, desto mehr, desto schneller sind wir am Ziel. Und das würde ich sagen, das wird auf jeden Fall mitgetragen. Und dann ist es vielleicht eine Frage, ob man dann mit den Instrumenten einverstanden ist und mit manchen Betrachtungsweisen. Aber so insgesamt, finde ich, sind wir auf einem ziemlich guten Weg. Ich hatte vorher kurz in meiner Begrüßung darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Grundlage, auf der der Rat arbeitet, ja eine ist aus, ich will mal sagen, extrem noch fortschrittsgläubigen, wachstumsoptimistischen Zeiten, später 80er Jahre, späß 60er Jahre. Das Wachstumsziel ist als Teil des magischen Vierecks da absolut Teil. Sind wachstumskritische Diskurse, werden die gehört im Rat oder sind die noch zu fringe, als dass sie dahin vordringen? Es gab mal angeregt vom Umweltbundesamt eine sehr interessante Initiative, wo auch das reine westfälische Industrieinstitut mit dabei war, was jetzt nicht unbedingt für eine besonders progressive Linie bekannt wäre. Hat das sozusagen den Rat erreicht? Spielt das eine Rolle? Wird mich interessieren. Nee, also wir führen keinen Wachstumsdiskurs. Sag mal so, also klar ist, dass das Gesetz ist von 1963 und unser Ziel ist unter anderem, also was haben wir, wir haben Preisniveau Stabilität, wir haben stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum, wir haben außenwirtschaftliches Gleichgewicht und wir haben hoher Beschäftigungsstand und das stetige und angemessene Wirtschaftswachstum steht da drin, wobei jetzt natürlich, also was heißt angemessen, also in den 60er Jahren hätte man gesagt, das was jetzt heute, wo sich alle freuen, wenn man im Schnitt dauerhaft zwei Prozent hat, hätte man gesagt, das ist ja quasi Schrumpfung, ist schrecklich. Also da würde ich sagen, das ist interpretationsoffen, aber das wird nicht gemacht und mir ist bewusst geworden auch an der ganzen Herangehensweise und da sehe ich auch den Widerspruch einfach da sind wir einfach immer gefangen in dem ja wie soll man sagen, also in dem gesamten System und in dem Gedankengebäude. Also das ist schon so, da kommen jetzt die Herausforderungen und jetzt kommt das Problem mit der Energie, jetzt kommt das mit kritischen Rohstoffen, da macht man sich Gedanken und die Folgerung ist, die Maschine läuft, die Maschine muss weiterlaufen. Demografie ist noch ein weiterer Faktor, die Maschine muss weiterlaufen und deshalb muss jetzt, muss der Maschine, müssen die kritischen Rohstoffe zugeführt werden, sondern gucken, auf Teufel komm raus, wenn man das Zeug irgendwo kriegt, Energie genauso und dasselbe gilt auch für natürlich die Arbeitskräfte und letztlich ist dann das Ziel, eigentlich will man so viel wie möglich mobilisieren, dass so viele wie möglich Menschen arbeiten und das alles läuft und so und das ist natürlich etwas, was jetzt nicht notwendigerweise mit dem gesetzlichen Auftrag übereinstimmt, also das wäre interpretationsfähig, aber das ist mir einfach selbstbewusst geworden, wie sehr wir da in dieser Maschine letztlich gefangen sind, das muss man sich glaube ich auch auf den Zug geben und es ist ein Punkt dazu noch, es ist ja durchaus so, dass jetzt an anderen Stellen der Rat ja zum Beispiel sich beschäftigt hat mit ganzheitlicher Wohlfahrtsberichterstattung, wo man eben andere Kriterien heranzieht, also nicht nur Wirtschaftswachstum, sondern auch, wo die Verteilung eine Rolle spielt, wo auch ökologische Nachhaltigkeit, Klimaschutz, also ja, Gesundheitsversorgung, politische Beteiligungen ganz viele Dinge eine Rolle spielen, kann man jetzt vielleicht streiten, ob das manchmal etwas krude Indikatoren sind und vielleicht ein bisschen technokratisch, aber das gibt es auf jeden Fall und ich meine, das wäre eigentlich ein interessanter nächster Schritt, das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet auch schon seit Längerem in die Richtung, hat auch ein paar Vorschläge gemacht dazu, wäre eigentlich ein nächster Schritt, das zu vertiefen und dann müssten wir sozusagen auch mal die Brücke schlagen und gucken, wie sich das dann verträgt mit dem, was wir sozusagen im Pflichtprogramm für die Maschine abgespult haben, aber das haben wir einfach noch nicht gemacht, aber das ist jetzt nicht so, dass, ja, weiß ich nicht, dass, also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie jemand das vorgeschlagen hätte und dann hätten alle gesagt, nee, das können wir auf keinen Fall machen oder so, es ist einfach so, dass man ist eben aufgrund von zeitlichen Restriktionen, aufgrund von gedanklichen Vorprägungen und so weiter, ist man halt einfach in bestimmten Dingen gefangen und manche Dinge hinterfragt man noch kurzfristig und macht was und manche andere Dinge eben nicht und insofern, also ich würde den Kritikpunkt sofort annehmen, aber würde jetzt nicht sagen, dass es automatisch ausgeschlossen ist, dass man sich dann beschäftigt. Danke für die sehr aufschlussreiche Antwort. Ich habe jetzt hier ein paar Zetteln vom Chat oder von den Personen hier. Wurde eine Lohnindexierung diskutiert, um die Verteilungseffekte der Inflation auszugleichen und das andere war vielleicht im Zusammenhang wie ist der Anti-Inflation Act der aktuellen US-Regierung zu beurteilen. Es gibt ja im Gutachten ein bisschen Reflex auf die US-Position, auch auf die veränderte. Du hast es angesprochen, ist es ein Widerspruch, Inflation mit Staatsausgaben zu bekämpfen. Ich denke, das ist schon ein interessanter theoretischer Punkt zu sagen, jetzt nicht automatisch und du hast ja schon eine differenzierte Antwort gegeben, auf die Geldpolitik zu reflektieren, sondern sagen, Hallo, Fiskalpolitik oder andere Arten von Politik sind genauso gefordert. Das sind drei Teilefragen. Das erste Lohnindexierung würde ich sagen, nein, IGIT haben wir nicht gemacht, weil das ist ja genau der Punkt, wenn man jetzt die Löhne komplett indexieren würde, dann hätte man ja quasi die Lohnpreisspirale und das will man eben genau nicht. Zielkonflikt zu Entlastungsmaßnahmen Fiskalpolitik und Inflationsbekämpfung, ja, potenziell klar gibt es den, es sind unterschiedliche Effekte. Einmal kann es natürlich sein, dass Entlastungsmaßnahmen staatlicherseits, die ja die Realeinkommen stabilisieren, dann dazu führen, dass bei den Lohnverhandlungen oder den Lohnabschlüssen es entsprechend nicht versucht wird, das alles voll reinzuholen. Das heißt, dass es die Lohnpreisspirale dämpft, aber andererseits ist es natürlich so, dass es die Nachfrage erhöht und wenn die Nachfrage steigt, ist es ja tendenziell inflationstreibend. Also insofern gibt es schon diesen Zielkonflikt und der Inflation Reduction Act ist etwas, was uns natürlich beschäftigt hat, aber das ist auch die, also ich meine, gut, dass die USA sich da jetzt in Sachen Klimaschutz was machen, andererseits ist es schon eine protektionistische Maßnahme letztlich und die stellt natürlich dann Europa vor eine Herausforderung, also jetzt entweder handelspolitisch oder industriepolitisch irgendwas zu tun und also das ist, würde ich mal sagen, ungefähr die Position, die sich auch im Gutachten findet. Also sozusagen die unfreundliche handelspolitische Geste, protektionistische Geste ist schon angekommen, das haben wir schon bemerkt und das ist natürlich ein Problem, also wenn man da jetzt, da kann man dann auch natürlich so eine Protektionismus-Spirale eintauchen, wenn das jetzt alle machen. Das, was jetzt du angesprochen hast, ist eben die Gefahr des Wirtschaftskrieges und die Frage ist, ob er schon stattfindet und das andere möchte ich jetzt noch einmal betonen, weil ich denke, weil es wirklich eine spannende Sache ist mit der Lohnindexierung. Eins ist ganz klar, wenn Preise, die importiert sind, steigen, wenn ein Großteil von Energie vom Ausland kommt und wenn die Preise steigen, heißt es, dass das Land, das importiert, Kaufkraft verliert, Punkt. Das kann nicht ersetzt werden und jetzt ist natürlich die Frage und das ist natürlich jetzt eine zentrale Verteilungsfrage, wer trägt die Last und die Last muss im Inland getragen werden, es geht nicht. Alles andere wäre Wunschdenken oder das haben wir gesehen in diesen Ölpreisschocks in den 70er Jahren, was in der ersten Runde passiert ist und was in der zweiten Runde passiert ist, dass das sehr unterschiedlich war. die Gewerkschaften waren in der ersten Runde zum Beispiel absolut zurückhaltend. Das heißt, es ist so, es muss vom Inland getragen werden und jetzt habe ich natürlich den Hintergrund, dass es Armut gibt und der Hintergrund, dass eben die Verteilung immer sozusagen auseinander und auseinander geht und in so einer Situation, das ist jetzt sozusagen die Herausforderung, wie man beides stemmen kann, dass man sagen kann, man kann sozusagen die unteren, also hast du ja gesagt, die überhaupt keine Rücklagen haben, die kein Nettovermögen haben, 50 Prozent ist in Österreich genauso, in Deutschland haben überhaupt kein Nettovermögen, null oder negativ, und wie kann man denen helfen? Genau, das ist ja genau der Punkt, weshalb wir auch diese Gegenfinanzierung vorgeschlagen haben, um die Finanzierung der Maßnahmen ausgewogen zu machen und das Ziel genauer hinzubekommen und das würde ich vielleicht nochmal sagen, das war ja ganz spannend, vielleicht auch aus einer pluralen Sicht, wir sind ja dann massiv kritisiert worden, weil wir angeblich aus Gerechtigkeitsgründen Steuererhöhungen gefordert haben und ich persönlich habe jetzt gar nichts dagegen aus Gerechtigkeitsgründen das zu fordern und habe das auch schon an anderer Stelle getan, nur war das gar nicht unsere Argumentation und interessant ja ist, dass es offensichtlich einen relativ hohen Anteil von ÖkonomInnen und auch sonstigen TeilnehmerInnen an gesellschaftlicher Debatte gibt, die das für eine Diffamierung oder für eine Kritik halten, wenn man mit Verteilungsargumenten kommt, also sozusagen die versucht haben, uns dadurch in der Ecke zu stellen, wir hätten mit Gerechtigkeitsargumenten argumentiert und das fand ich schon aufschlussreich, weil erstens finde ich nicht, dass das ein großes Problem wäre in unserem Mandat, also in unserem gesetzlichen Auftrag steht auch, dass wir die Verteilungslage, also sowohl die Einkommens- als auch die Vermögensverteilung berücksichtigen sollen, also von daher ist der Auftrag schon da, aber wir haben es in dem konkreten Fall nicht gemacht, wir haben nicht gesagt, wir wollen jetzt mal die Verteilung ändern, sondern wir haben gesagt, so Walter, wie du jetzt argumentiert hast, wir sind ärmer geworden und es geht jetzt darum, wie man das verteilt und es gibt eigentlich den Konsens, dass die unteren und mittleren Einkommen das nicht tragen können, das heißt, denen muss man helfen oder anderen muss man nicht helfen und daher kommt dann halt, und wenn man dann kein Instrument hat, mit dem man alle erreicht und mit dem man das Einkommensverteilung hinkriegt, dann muss man es so machen, wie wir vorgeschlagen haben, das war der Punkt. Ich möchte jetzt noch eine Frage vorlesen und dann möchte ich das Mikro weiterreichen, das mir jetzt da zugeschoben wird, also es sind zwei Fragen, die Fragen sind eher sozusagen auf dich als Person gerichtet, also auf dich als Person im Sachverständigenrat, die eine Frage war, du kommst sozusagen quasi mit dem Gewerkschaftsticket, in welcher wirtschaftspolitischen Rolle siehst du die Gewerkschaften und die zweite Frage war, gibt es Punkte, Forderungen von dir, die nicht im Gutachten gelandet sind? Ja, also welche wirtschaftspolitische Position, also ich glaube ehrlich gesagt, ich könnte jetzt nicht die wirtschaftspolitische Position und der Gewerkschaften skizzieren und ich hatte übrigens, das fand ich ganz interessant, wir waren uns eigentlich alle einig, dass wir in unseren Debatten sozusagen die jeweilige Herkunft oder Berufung eigentlich nicht erkannt haben, also das war eigentlich eine total ausgewogene Debatte, wo wir sachlich argumentiert haben und dass jetzt da zum Beispiel irgendjemand gesagt hat, weil ich jetzt auch ein Arbeitgeber oder auch ein Gewerkschaftsticket bin, bin ich jetzt aber für dies oder für das, das hat es eigentlich gar nicht gegeben in dem Kontext, das fand ich schon ganz spannend und es gibt Sachen, die ich mir gewünscht hätte, also also ich ja, also klar, wenn ich das Gutachten alleine geschrieben hätte, was ich natürlich nicht geschafft hätte, weil es zu viel Arbeit gewesen wäre, dann sähe das Gutachten anders aus, also dann hätte, wäre das eine etwas andere Positionierung, aber ich bin insgesamt so mit dem, wie es gelaufen ist und wie es jetzt ist, zufrieden, weil wir eben sehr ausgewogen auch pro und kontra diskutiert haben und am Ende dann, wie ich finde, wohl abgewogen zu, also Optionen halt beschrieben haben und das finde ich ist richtig und das ist ja, wenn man jetzt, wir werden ja häufig dann als weise bezeichnet, und wenn ich mir darunter irgendwas vorstellen soll, dann finde ich, ist es das, also dass man das tut und dazu gehört eben auch, dass man jetzt seine, seine, zum Teil sehr eigene Sicht der Dinge nicht in den Vordergrund stellt und nicht sagt, ich will jetzt aber das haben und wir verraten ja jetzt nicht, ehrlich gesagt, will ich jetzt auch nicht tun, wir verraten ja nicht, wer für welches Kapitel als Kapitel betreuender Rat oder Rätin verantwortlich war, aber ich kann für mich sagen, dass ich jetzt in den vier Jahresgutachten, für die ich mitverantwortlich war, hat es kein einziges Kapitel gegeben, an dem ich, dass ich maßgeblich betreut habe, an dem es, in dem es am Ende Minderheitsvotum gegeben hätte, weil der Ansatz ist und das finde ich richtig, das auf Konsens zu schreiben und das war jetzt auch wirklich, finde ich, ein großer Erfolg, dass es uns gelungen ist, in dieser neuen Konstellation das hinzukriegen und dabei nicht Larifari zu schreiben und ja, trotzdem ganz gute Aussagen zu haben. Also deshalb bin ich total zufrieden und ist ja bekannt, ich meine, ich hätte jetzt zum Beispiel bei der Schuldenbremse, hätte man auch was Kritischeres sagen können oder Reformdebatten oder sowas, das sind ja Punkte, die ich immer gemacht habe und auch weiterhin mache und ich hätte mir auch, was weiß ich, was zur Steuerpolitik noch ein paar kritische Sachen denken können oder das wären ja, das sind meine Positionen, aber das war jetzt nicht das Gutachten, in dem man das unbedingt hätte unterbringen müssen und deshalb bin ich damit sehr zufrieden. Danke. Jetzt möchte ich nur ein bisschen einen Kommentar machen, ich habe jetzt was gehend und ich habe jetzt was gehend über mein Bild des Neoliberalismus, weil für mich oder zum Beispiel wenn man über den deutschen Order Liberalismus nachdenkt, ein interessanter Punkt ist ja, dass keine wirklich bahnbrechenden Texte mehr produziert werden, dass im Grunde genommen auch in der theoretischen Ökonomie eine ungeheure Theorielosigkeit herrscht und dass ich sozusagen in die Empirie gehe und das kann ich natürlich jetzt zum Beispiel jetzt auch ökonometrisch machen und so weiter und ich habe das eher sozusagen bisher als negativ interpretiert. Jetzt in der Art, wie du das jetzt siehst, sagst, wir fokussieren in Bezug auf Phänomene auf die Empirie, kann man das jetzt sozusagen positiv finden und im Fokus auf die Empirie, was eben grundlegend sowieso ein guter Standpunkt ist, weil der Vorwurf ist ja immer an bestimmten Orten von Theorien, wie hält das mit der Empirie oder wir haben so viele empirische Befunde, die in Widerspruch stehen, dass sich da auch gewisse Freiräume eröffnen. Das heißt, man kann sozusagen diese empirische Konzentration und doch auch eine gewisse Art von Theorielosigkeit kann man in der Weise auch positiv interpretieren, weil es sozusagen die Zukunft sozusagen vielleicht ein bisschen ein kleines bisschen langsam dynamischer macht, variabler macht. Wobei natürlich die auch Empirie nicht Theorielos ist. Also wissen wir alle, was man misst, ist Theorie verpasst. Sie selbst haben es ja gesagt, mit Wohlfahrtsmaßstäben, das ist ja so ein wunderbares Beispiel dafür, dass eben Theorie, Empirie-Theorie behaftet ist. Klar, also dazu kann ich auch kurz was sagen. Also ich finde das, was du gesagt hast, auch was Sie gesagt haben, ich habe das ja klar. Also, aber ich fand das sehr richtig, dass ich empfinde das auch als unheimlichen Fortschritt und ich finde auch, dass das gerade mit dem, also ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand im Rat sich als Ordo-liberal unbedingt bezeichnen würde. oder sich irgendwie groß mit ordo-liberalen Theorien oder Ansätzen auseinandergesetzt hat. Das ist eigentlich nicht so. Das kann sein, dass das in der Vergangenheit einfach mehr oder weniger eine wirtschaftspolitische Orientierung abgegeben hat. Aber dass da jetzt Mitglieder dabei gewesen wären, die jetzt da sehr viel selbst ordnungspolitische Forschung gemacht hätten, das gab es ja eigentlich auch nicht oder kaum. Also das dazu und ansonsten gibt es schon eine ungeheure Verwissenschaftlichung des Rates und der Ratsarbeit und die drückt sich einfach dadurch aus, dass wenn wir ein Thema beackern, dann sagt man kurz, um was es ungefähr geht und dann fängt der Stab an. Wir haben ja einen wissenschaftlichen Stab von 15 bis manchmal 20 Leute, aber so 15 sind es eher und die ackern dann erstmal und suchen die Literatur und da macht man erstmal einen Überblick. Und deshalb ist ja unser Gutachten gespickt mit Literaturhinweisen. Wir haben ellenlange Literaturverzeichnisse und wir haben selber wirklich lustigerweise in Sitzungen, da stehen die alten Ratsgutachten, also viele, viele Jahre und zum Teil auch Jahrzehnte zurück und es führt zu allgemeiner Belustigung, wenn man so ein Gutachten von vor 20 Jahren aufschlägt und da ist kein Literaturverzeichnis. Und das ist durchaus also stilbildend und auch identitätsprägend, dass man sagt, wir wollen auf Basis von akademischer Literatur urteilen, auf Basis von akademischer Literatur. Und für mich war das zum Beispiel so, viel an Kritik historisch am Sachverständigenrat, die ich ja auch teile und ausgesprochen habe, beruhte ja darauf, dass aus meiner Sicht eigentlich Teile der Lehrbuchliteratur oder überhaupt der Literatur nicht zur Kenntnis genommen worden sind und man einfach relativ ja, also nach wirtschaftspritischer Gesinnung gesagt hat, was einem gerade wichtig erschien. Also jetzt in weiter Vergangenheit oder ferner Vergangenheit und da sind wir absolut weit weg von. Und jetzt kann man natürlich kritisieren aus einer pluralen Sicht, ja, wird natürlich die Mainstream-Literatur zur Kenntnis genommen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt, also es gibt jetzt nicht Papiere, die auf dem Index stehen oder so, oder Zeitschriften, man sucht halt und nimmt, was hilft, nimmt man. Natürlich gibt es bestimmten Bias und es ist jetzt irgendwie nicht die Hochburg des ökonomischen Pluralismus oder so, keine Frage, aber es ist eben tatsächlich auf einer wissenschaftlichen Basis und das ist wesentlich für Selbstverständnis. Und wenn jetzt jemand einfach eine hohle Phrase brechen würde, dann würde sich natürlich die Frage gestellt, ja, auf welcher Basis machst du das denn? Und wenn man dann nichts liefern kann, dann sieht man nicht gut aus. Und das trägt natürlich schon dazu bei, zu einer Versachlichung und auch dazu bei, glaube ich, dass man am Ende eher ausgewogene Ergebnisse hat. Okay. Ja, erst mal mein Name ist Franziska Heider, dass Sie kurz wissen, wer die Frage stellt. Und vielen Dank, dass Sie da sind und unsere Fragen beantworten, auch nochmal von mir. Ich hätte eher eine grundlegende Frage und zwar ist der Sachverständigenrat ja dafür da, zum einen Wirtschaft zu analysieren, aber auch Prognosen zu stellen. Und ich frage mich im Zuge dieser ganzen Krisen, die wir zurzeit erleben und auch noch den Krisen, die wir erleben werden, wenn wir uns die Klimakrise anschauen, die ja nicht leichter wird, inwiefern überhaupt solche Prognosen noch sinnvoll sind, weil wir einfach mit einer krassen Unsicherheit und einer krassen Wandel uns konfrontiert sehen und wie Sie das selber sehen, aber was Sie auch denken, also was Sie persönlich sehen, aber wie das vielleicht auch im Rat diskutiert wird oder gesehen wird, das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich bin ein bisschen auf die Frage gekommen, weil ich mich gefragt habe, wie kann ich jetzt zum Beispiel im kompletten Fall das Energiekostenniveau, was Sie ja angesprochen hatten, genau zukünftig berechnen in einer Zeit, wo wir einen Welthandel haben, der sich so schnell verändert irgendwie auch. Ja. Ja, vielen Dank. Also, also wie soll ich sagen, erst mal ist es so, dass wir sehr gute Leute im Stab haben, die wirklich ungeheuer professionell diese Prognosen machen und das A und O einer guten Prognose ist erst mal, dass man möglichst das sogenannte Nowcast, nicht Vorkast, sondern Nowcast, also dass man das aktuelle Quartal versucht gut zu treffen mit bestimmten Indikatoren und da werden Hunderte und Tausende Indikatoren ausprobiert und Modelle geschätzt, um so möglichst den aktuellen Rand möglichst gut zu treffen und ja, ansonsten ist, also, es strukturiert halt, es strukturiert schon Zukunft ein bisschen und also ganz ohne Prognose, ist klar, ist alles unsicher, aber ganz ohne Prognose würde ich es nicht machen wollen, auch gerade ohne BIP-Prognose nicht, weil halt Beschäftigung stark daran hängt, weil die öffentlichen Finanzen stark daran hängen und man braucht Planungsgrundlagen dafür, sonst kann man keinen öffentlichen Haushalt aufstellen, man kann keine Finanzplanung machen und man kann auch nicht sich einstellen auf Maßnahmen, also wenn es jetzt keine Prognose gäbe oder zumindest Hoch, also Simulationsrechnung oder sonst was, dann wüssten wir ja gar nicht, was für ein Problem wir vielleicht haben mit den Energiekosten und welche Entlastung es da braucht, das heißt, ich erkenne sofort an, die Vorstellung, wir könnten exakt prognostizieren, ist Quatsch und man wird sich eigentlich immer vertun, man kann auch total richtig liegen mit der Prognose, am Ende mit der Zahl und dann stellt man hinterher fest, dass man aus den falschen Gründen, dass es die richtige Zahl hatte und man kann eigentlich eine gute Prognose haben und am Ende mit der Zahl falsch liegen, also, aber nochmal, für die Zwecke, nämlich Planung von öffentlichen Haushalten, von Wirtschaftspolitik, muss man es machen, aber man darf halt nicht die Vorstellung haben, dass man wirklich die Zukunft prognostizieren könnte und dass es eine exakte Prognose ist, aber es ist schon sehr wichtig, auch für Politik, um sich zu orientieren und um reagieren zu können auf das, was da droht oder kommt und deshalb ist es ja auch so, dass die Prognosen immer mit, dass man versucht, die Anlagen klar zu machen und dass man auch die Unsicherheitsfaktoren oder die Risikofaktoren versucht zu benennen. Also jetzt ein Fall, wo ich mich total drüber geärgert habe, wo uns alle drüber geärgert haben, ist, wir hatten im vergangenen Jahr, also 2021, bei unserer Prognose hatten wir die Corona-Welle, die sich eigentlich abgezeichnet hat, ja, im Herbst schon, die haben wir nicht auf dem Schirm gehabt und deshalb haben wir, also deshalb war unsere Prognose spürbar zu optimistisch und das ist aber eben wichtig und das guckt man sich dann an und beim nächsten Mal ist man vorsichtiger. Aber was soll man machen? Also es wird dann wieder was geben, was man nicht auf dem Schirm gehabt hat, aber insgesamt bekommt man, glaube ich, ein immer besseres Gespür und ohne Prognose wird es nicht gehen. Nur, man soll halt entspannt rangehen und nicht denken, man könnte irgendwas ernsthaft richtig machen. Ist keine deterministische Prognose und man muss sich den ganzen Bewusstsein. Es zieht es ja so ein bisschen auch durch die Annahmen, die da reingehen, eine Szenarientechnik im Prinzip drin. Könnte man das nicht explizit machen? Bestes Signario, mittleres Signares, Szenario unteres oder wie auch immer? Ja, also gut, man kann, also klar, ich meine, das sind ja Schätzungen, man kann Konfidenzintervalle ausweisen, das könnte man tun. Das Blöde ist halt, wenn man das macht, werden die halt sehr groß. Da hat man dann irgendwie, da hat man dann sozusagen für das 66% Ding und dann geht die Schere auseinander zwischen, weiß ich nicht, minus 1 und plus 5 oder so oder minus 3 und plus 7 oder ja, aber das zeigt dann mal, dass da eben Unsicherheit ist. Das kann man machen. Ansonsten ist häufig die Diskussion, soll man explizit ein Risikoszenario machen? Aber ein Risikoszenario ist nur dann sinnvoll, wenn man meint, es gibt die eine große Bedrohung, die man gut in ein oder zwei Indikatoren abbilden kann. Also unsere Prognose ist ja eine wissenschaftliche Prognose, bei der wir im Prinzip das komplette Zahlenwerk der VGR, der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, mit durchziehen. Und das heißt, es ist eine Heidenarbeit, und wir haben uns das gefragt, wir haben auf dem Stab immer die Frage gestellt und die haben uns gesagt, wir rechnen euch alles, aber sagt uns bitte genau, was die Szenarien sind. Und wenn, und diese Krise, die jetzt ist, die ist so differenziert, es gibt so viele unterschiedliche Dinge und wenn man dann ein Risikoszenario rechnet, dann hat man da sozusagen so viele absurde Annahmen über Einzeldinge drin, dass man am Ende nichts gewinnt. Und insofern, wenn man, wenn es sozusagen ein großes Risiko gibt, das man gut abbilden kann, macht man auch ein Risikoszenario. Aber man muss natürlich auch aufpassen, wenn man jetzt als Prognostika-Institution so eine, also so ein Risikoszenario aufmacht, dann schafft man natürlich auch Realität. also das heißt, es gibt immer das Problem, dass man möglicherweise dann auch eine Krise selber in die Welt setzt, indem man sagt, jetzt könnte hier was ganz Schlimmes passieren. Aber Klammer auf, wir haben in dieser Prognose eigentlich auch sonst nicht Risiken nicht benannt, weil wir Angst gehabt hätten, dass es sozusagen selbst die Krise auslöst. Das nicht. Aber wenn man sehr konkret ein Risikoszenario macht und sagt, es könnte auch minus fünf sein oder so, dann setzt man vielleicht etwas in die Welt und da sollte man sich mal sehr genau überlegen, wie sicher man ist, dass das ein realistisches Ding ist, was man in die Welt setzt. So, Klammer zu. Lange Antwort, aber ja, war ja auch eine gute Frage. Hallo, mein Name ist Nancy Friese. Ich würde noch mal kurz einen Bogen zum Anfang spannen. Also kurz von diesem Thema weg und zwar würde mich interessieren, wie divers das Unternehmerprofil ist, was sie sich anschauen, weil viele Entlastungsmaßnahmen gerade für GeringverdienerInnen ja auch über die Unternehmen gehen und ich bin jetzt Kleinunternehmerin, habe fünf Mitarbeitende im Handwerk und dann kommt natürlich, ja, also kriege ich von meiner Steuerberaterin gesagt, so, ja, sie können 3.000 Euro abgabefrei auszahlen an jeden Mitarbeiter, also Inflationsausgleich. Ja, aber die habe ich nicht. weil ich ja auch in der Krise stecke im Handwerk und als Kleinunternehmerin hat man das Geld halt einfach nicht übrig. Genau, also manchmal frage ich mich, so werden wir so ein bisschen auch mitgesehen oder fängt es erst ab einer bestimmten Größe an? Also was wird da betrachtet? Ja, und danke übrigens für diesen Austausch, weil ich finde den sehr empowernd und ich finde es genauso eine Art von Austausch, die es auch in der Gesellschaft braucht. Also danke für Ihre Zeit. Ja, das freut mich besonders. Danke. Ja, also das ist jetzt eine etwas schwierige Frage, was ist das Unternehmerbild? wir versuchen halt, wie soll man sagen, wir versuchen, die relevanten Sachen abzugreifen unter Zeit- und Datenrestriktionen. und bei Corona haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht, wer wird entlastet, also wem sehen wir und wem nicht und ich glaube zum Beispiel, dass wir die da KleinunternehmerInnen vielleicht und auch Solo-Selbstständige zum Teil, auch Kulturschaffende und so weiter, dass wir das wenig oder vielleicht auch zu wenig im Programm gehabt haben. Um ehrlich zu sein, ich weiß jetzt gar nicht, also aber wir hatten auch Vorschläge sogar dafür unterbreitet, was man machen kann, aber es ist eben, es ist nicht möglich, immer alles zu zu analysieren. Aber ich will mal ein Beispiel sagen, jetzt das Unternehmerbild ist nicht so gut, aber wir haben uns in Corona beispielsweise auch Gedanken gemacht, weil das auch wieder das Gutachten war, wo wir eine Verteilungsanalyse drin hatten, machen wir alle zwei Jahre und da stand halt neben den traditionellen Indikatoren stand halt die Auswirkungen in der Corona-Krise im Vordergrund. Und da war zum Beispiel ein Resultat auch, dass gerade bei Solo-Selbstständigen und kleinen UnternehmerInnen da eine besondere Betroffenheit war. Da gibt es dann auch wirklich sektorale Analysen und also unterschiedlichste Daten, die wir ausgewertet haben. Und wir haben beispielsweise dann auch gesagt, Bildungsgerechtigkeit, also die SchülerInnen. Weil ich glaube, meine Frage wurde ein bisschen falsch verstanden. Mir geht es wirklich darum, mir geht es um meine ArbeitnehmerInnen, dass die quasi das Geld bekommen und einen Ausgleich. Mir geht es gar nicht darum, da gibt es auch einige Ideen und Pakete uns zu entlasten, aber wo kommt das Kapital her, das ich ausschütte? Wenn der Motor quasi ist, das läuft alles immer über das Unternehmen. Ob das bewusst ist. Ehrlich gesagt, die ehrliche Antwort ist nein. In diesem konkreten Fall haben wir uns keine Gedanken gemacht. Aber das ist natürlich klar, ist das ein Problem. Manche Sachen können halt, auch manche Dinge können nur in Anspruch genommen werden, wenn das Kapital da ist. Das Problem sehe ich sofort. Okay, aber war trotzdem eine schöne Antwort, was wir alle berücksichtigen. Leider nicht auf die Frage, tut mir leid. Ich denke, es ist jetzt viel Zeit vergangen. Ich würde gern zum Schluss kommen. Jetzt habe ich noch einen Zettel bekommen, der eigentlich wunderschön ist. Also sowas hätte man selber sagen können. Das heißt, jemand von, ich glaube von den Personen, die anwesend sind, stellt folgende Frage, ich würde es jetzt mit als Du umformulieren. Was würdest du jungen Menschen raten, die Wirtschaft sozialer, nachhaltiger, zukunftsfähiger gestalten wollen? Oha. Ja, also ich habe, es gibt nämlich ganz viele Möglichkeiten. Man kann in irgendeiner Form Wirtschaft studieren oder auch plurale Ökonomik, Gesellschaftsgestaltung, Sozioökonomie zum Beispiel auch, also Gesellschaftsgestaltung zum Beispiel an der Cousinus-Hochschule. Sozioökonomie kann man auch nicht mehr hören. Das wollte man hören. Ja, genau. Sozioökonomie kann man auch in Duisburg studieren, an der Uni Duisburg-Essen, in Flensburg. Es gibt verschiedenste Schwerpunkte, wo man gerade für, sagen wir mal, ein etwas breiteres Bild gewinnen kann. Das kann man machen. Und ansonsten war ich jetzt beeindruckt durch die junge Unternehmerin. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Ich hatte mal lustigerweise, ich habe mal die jungen Unternehmer in den NRW eingeladen zu einem Gespräch. Da war auch Politik, da war lokaler IHK-Präsident war da und auch die Vize-Landtagspräsidentin und so. Das war zum Teil in FDP-Klientel. Aber da war ich beeindruckt von den jungen Leuten, wo ich gemerkt habe, die haben von ihren unternehmerischen Ideen her, da ging es nicht irgendwie, ich will reich werden und am Ende ein Porsche SUV fahren oder so was, sondern die hatten tatsächlich, die hatten sozial-ökologische Ideen. Das fand ich enorm beeindruckend. Und ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann für mich halt nur sagen, ich glaube, ich wäre ein fürchterlicher Unternehmer geworden. mein Weg meinetwegen jetzt zu versuchen, irgendwas Gutes hinzukriegen, war halt jetzt dann über die VWL und über den Weg, den ich gegangen bin. Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, das halt auch über ein Studium hinzukriegen, aber auch eben als Unternehmer, als gesellschaftlich engagierter Privatmensch. Also da gibt es, glaube ich, ganz viel. Und das ist auch was, was ich total ermutigend finde, wenn ich unsere Studierenden in Duisburg mitkriege, wie aufgeschlossen die sind, wie kritisch die sind, Klammer auf, die sind manchmal gerade den Lehrenden gegenüber auch zu kritisch und haben also große Anforderungen und Ansprüche, Klammer zu, ist auch legitim, aber also da muss ich sagen, ich bin ja mehr noch so in diesen Ausläufern Null-Bock-Generationen gewesen und wir waren überhaupt nicht so politisch und so beseelt von Ideen und von daher, wenn diese Fragen gestellt werden und sich Menschen, die ernste, junge Leute ernsthaft fragen, was kann ich tun, wie kann ich was machen, dann ist das schon der wichtigste Schritt und das finde ich ganz ermutigend. Danke, danke lieber Achim für diese, für dieses gute, lebendige Gespräch. Danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gekommen sind, auch die Personen, die online sind, danke für die Organisatoren, auch für die Hintergründe, für die technischere Sie, danke Stefan, danke Walter und danke Achim für dieses lange Gespräch, es war sehr, sehr spannend. Wiedersehen, Baba. Danke. Danke.